Jetzt gehts, jetzt gehts, jetzt gehts, jetzt gehts. Hallo, zu einer, zu einer, habe ich gesagt, zu einer. Zusammen mit Charkhan und Sheedy gegen Gamer und Nico. Und ich bin der ultra-skilligste... Seht ihr schon, wie skillig ich bin? Ich bin gerade nur AWP und Digle. Ach komm schon! Links ist einer. Gamers links. Das bin nicht ich tatsächlich. Fuck, Alter. Weißt du, wir haben alle Runden gewonnen, jetzt verlieren wir natürlich, wo ich hier auch noch was hatte. Wir sollten uns vielleicht einlegen, dass wir nicht alle drei in den Tunnel gucken. Haben wir nur. Chilli war oben. Ne, es war vorletzte Runde. Verdammt. Geht ihr gerade aber gar nichts, Alter. Chilli von der Spirit, fickt euch. Äh, nice. Julian? Er ist durchgegangen. Was? Das war dein Job zu decken, du Schwast. Äh, wusste ich natürlich. Äh, äh, da drüben. Äh, da ist auch einer. Ich muss, ich habe gewusst, wo der steht, aber ich, ich muss auf den anderen gucken. Ach man. Wohin soll ich jetzt wissen, dass es mein Job war, das zu decken. War du der einzige, was der links war. Und der links durchgegangen ist. Ich kann die links durchgehen. Na, na, linke Seite. Einer links. Ach komm, ey. Ich muss denken, was bei uns links ist, ist bei denen rechts. Wat? Nein. Komm jetzt zwischen rechts. Er kommt rechts. Er kommt rechts, er kommt rechts. Rechts? Wie ist denn rechts hingekommen, Alter? Ach komm, ey. Ich kann doch mal irgendwas haben. Das ist Julian, das merkt man. Ja. Warum treffe ich nichts? Es ist Tarkan. Fuck. Man merkt einfach an der Spielseite. Wo stand der? Hey, ich habe gar nicht mehr den Dingle gespappt, Alter. Wohl wusste, dass ich Spin. Ach, weil ich verfehlt habe. Okay. Hey, genau. Und du gesagt hast, hey, wie ist er da hingekommen? Oben drum. Ach ey, das kann nicht wahr sein. Hey, ich glaube das ist Schildi. Hä, ich habe den sogar gesehen, Schildi. Ich war in deiner Sicht. Der war hinten beim Turm, unter dem Turm, rechts. Aber danke für die Information, dass ich frag, wo war er? Keine Ahnung. Hab ich nicht gehört. Hab ich echt nicht gehört. Hätte ich dir gesagt, hätt ich es gehört. Ich hab's gehört. Einer links. Einer rechts, äh, links von uns aus gesehen. Nice, guck mal, wie er keinen Kill macht. Ey, ey, 0-3, ey, beste KD. Ich räum richtig auf, Alter. Oje. Also, wenn ihr Skills sehen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Geh, aber vielleicht hast du den Skin nicht ausgerüstet. Einer ist links. Ah. Okay, muss ich dann gleich mal schauen. Geh mal links. Bei ihrem Turm. Turm? Bei ihrem Turm. War er. Dazu mal. Genau da. Hast du gesehen, ne? Turm, genau. Turm ist das. Hä, das war... Das ist ein Turm. Das ist ein Turm. Echt? Ja klar. Also, das ist ein Turm, mein Freund. Ach, flach, Alter. Flach. Na ja, also, das ist ein Turm. Nicht der größte Turm, aber ein Turm. Egal, Alter. Boah, jetzt, jetzt gewinnen wir, ey. Weißt du, vorher hab ich gesagt, gewonnen hätte ich auch, jetzt verlieren wir. So was von, ey. Boah. Okay, nächste Runde mach ich mal mit Julian gegen euch, Dolph. Ja. Geil. Verlierst du wunderbar, Nico. Ich bin doch scheiße. Ich mit Julian. Was? Das ist doch nicht wahr, Alter. Ich hab dich schon... Hä? Okay, nice. Ach, das war... Hä, das war Nico. Hä, ich mach eben auf Gamer drin. Hä, okay. Ich check's nichts. Egal. Da, Gamer, da. Muss ich checken. Hauptsache, ich hab einen Kill gemacht. Oh. Hä, hä, hä. Es steht an dir und Spawn. Ja. Ha, schießt auf die Leiche. Ha, getroffen. Ha, ich hab den Kill gemacht. Ha, ha, ha. Ich hab auf die Leiche geschossen. Die war halt hinter mir geschossen. Das stimmt mir überhaupt nicht. Du hast meine Leiche nicht getroffen. Ja, weil es durch die Leiche durchfliegt. Genius. Eine spannenden Ort. Spannung war auf einer. Zurbolten bei den hierte letzten Türmen. Richter als... Die haben gebackenommenπα Ant況. Ja, ja, ja. Müsst es auch mal lernen. Haha, der Schnitt hat 3.20 hp diese Bitch. Ja, rechts. ich hab ich hab ich weiß nicht recht ich weiß nicht wo rechts ist dein Ernst? Versuch nicht zu wallbanken Scheiße! Das Trauerige ist, ich sag Nico, versuch nicht zu wallbanken, Julian schieß einmal und wallbankt ihn kurz Was? Ich hab ihm echt Schaden gemacht, 77! Och komm! Wir machen zweimal die gleichen Themen, sondern wechseln nicht Ha, ich hab den Messer-Cardia jetzt still, die Nein, nein Geil Geil Ich mach jetzt mit Julian, ich und Julian gehen CT CT, okay Okay Oh, wie denn der Bug, ähm Äh, achso Ähm Wenn Nico down ist, haben wir ein leichtes Spiel Nee, Nico, ja, ja, ne Soll ich sagen, wer das ist? Das ist Julian Einer ist grad nach links gegangen Oh, okay Er war Mitte irgendwo, wahrscheinlich Ja, er steht Mitte, er steht immer noch Mitte Nee, guck doch nicht Er kommt Mitte, er kommt Mitte, Achtung Guck doch nicht Ich steh überhaupt nicht mit deiner lüge dich an Äh, lüge dich an Ich steh wirklich nicht an Ich steh wirklich nicht mit Es war mir klasse, dass du auf Nico geschossen hast Weil ich nicht oben war Ja, ich weiß Das war mega inkompetent So, und jetzt haben wir ein leichtes Spiel Danke, dass einer von euch mich erstmal anschließt Ja, er steht auch rechts Shit Ich Hat ja auch nicht mal Schaden gemacht Mach mal noch Lester auch da, Julian Ja, er Uh Takan, bitte Ah, du bist schnell Äh, wo seid ihr jetzt alle gestorben? Ich bin shit, der jetzt spät, ja Hä? Ich hab einfach nur mit Dicke gespielt Ich hab Julian nicht ernst genommen Hahahaha A's, Alter BAM Das Problem ist, ich hab ihn ja nicht mal gesehen Ich hab Julian einfach nicht erst schon Ja, ne geholt hab ich das 5 Kills, 0 Deaths, Alter Ich räume auf Ja, muss mich Carina Hey, Mann, ich lauf immer, immer da hinten Loch Ne, was Loch Nein Hey, jetzt Hey Ich kann nur hinten in ner Klatschrunde Wenn ich in 1 is 2 oder 1 is 3 bin Dann kann ich nur hinten Sonst kann ich nicht hinten Dann stelle ich Weiß aber auch nicht, wo ich hingehen soll Ich werd überall abgeämt Zwei rechts Ach komm, ey Die sind jetzt aber nicht mehr rechts Du kannst nicht gegen Spirit Power machen Zuerst um Oben Oben Mitte Oben, oben, mitte Weißt du, alle sehen den oben, oben, mitte Einer oben, äh, bei unserer, bei unserer Brustenturm Einer oben, äh, bei unserer Brustenturm Das ist Schildi ist oben, äh, da Oh, die shit Oh, fuck it, you are Ah, fuck it, you are Ah, fuck it, you are Geht aber grad nix Geht aber grad nix Geht aber grad nix Ja, auch den Bunnyhot Club zu benutzen Hey, du hast wieder ne Manowar Nice Ich hab immer schon noch ne Manowar gehabt, Chili Ja, du hattest ne Manowar StatTrak mal gehabt Oder, war das nicht so? Ja, war so Und bring mich weiter dabei nicht aus Konzentration raus Nicht grad gut Ich sitze von der Seite gefickt Einer mitte Oh, fuck Mit den Julianen Einer rechts Einer oben Gellmars Mitte Ah, so Ich hab da irgendwie wegkommen Ah, schade Also Ich hab die beste KD Von allen Ok, jetzt strechen wir an Na, go Guter, gut, ein guter Witz, Nico Jetzt halte ich das vielleicht, oder? Einer mitte Gelmas Mitte Ja Auf Gelma Ah, so Genau in dem Moment Ich hab da noch seitengang Ah, hände wir hier Was? Ken, wo oben im Turm, Piki nicht, er muss sich gut Oben im Turm Äh, ne, es wird dann nur eine Scheiße Bei dem hier, bei dem hier Bei dem hier Bei dem großen oder bei dem links Bei dem groß Es fällt trotzdem nicht auf, wenn jetzt ihr die Zeit ablaufen lässt, was dann nun entschieden wird Wo steht Oh, du bist nicht gesehen, fuck Ja, das war mal gelaufen Hallo, das steht immer noch am Leben Jetzt lass ich mich mal mit Julian Jetzt lass ich mich mal mit Julian Ich hab ja vor M3 gesehen Tja, ich hab ja bei C5, ne? Tja, kann das einer von euch bieten? Ne, kann er nicht Ja, das liegt daran, dass wir A M weniger hatten Ja, komm Großteil T Auf C5, ne? Tv, t 친구� Das ist weird. Ach damm. Hey, danke dass ich nichts machen musste. Weiß, jetzt ist Nico wieder gut, weißt du, wenn man mehr spielt, ist das scheiße. Auch freundlich. Das war mega freundlich. Ach, gell mal. Das ist toll, ja. Gell mal Mitte. Das ist toll, ja. 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 Das ist toll. Einer ist unten. Nee, das ist eine Lüge. Nein, das ist nicht. Das ist ein Witz, alter. Einer ist Mitte, äh, links so. Der war Mitte, ich weiß nicht, wenn er wieder da ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hab nichts wissen. wo ist der ob es du triffst mich dass er durch uns steht das war ich der mann sich durch takt hat und eine mauer getroffen beurte wie lange nico mich nicht bemerkt hat obwohl ich mit welcher die glaube ich habe aber ich habe keine schlechte kombi nico sind so happy und kds ich bin zwar so der main opera aber du spielst auch richtig oft ich habe eine rechtstunde ich glaube das hochgegangen oder links rechts beim balkon oder wenn es bei melek leckt auch kurz bei euch da war eine rechts glaube ich und wo wir die jetzt auch so von oben über die 0 3 jetzt habe ich wieder 60 es ist so nice ich will mir mit nico spielen ist etwas scheiß aber ich google es tut einer tun einer alter michael tauer oh einer linker tauer fack gamer steht links einer linker tauer da steht immer noch links ach ich habe es da immer hoch ich habe nicht mal ein kieler letzte runde bohr geil alter das war ich im gegnerton oben ja aber ich mit mitte das wurde ich die sie als will ich sehen schade holi schade glücklich hätte ich meinen ersten kill die runde alter ne ach scheiße ich wollte ihn eigentlich halten aber nein ich habe einen kill gemacht das ist unglaublich sie ist einfach julan hat zweimal herangesoomt und war gar nicht drauf schildi was was ist was ist das hir und einer loch eine mitte noch einer links jetzt links bei dem sonnenschirm fahrrad er holt die Lüge der ist er hat einen Lieblingspersonen der was du Gott geschossen ja ich bin es auf jeden fall nicht er ist bei uns am spawnen ist jetzt von uns aus rechten seite gegangen kann es sein dass er jetzt oben ist oder so wo warst du und ich habe ich habe 901 ich habe 1 und der einzige ist ja das war auch so schwer in der situation zu landen du warst du warst noch zwei meter entfernt das ich bin auf jeden fall antiterrorhinder das bin ich immer er muss einmal mit julian durch also jeder muss alter ich habe nico einfach gecarrigt trotzdem verloren ja ist mir egal das kann ich auch alleine gegen keine ahnung wo aber ich wurde angeschossen Julian ist slow wenn er schon sagt dass er angeschossen wurde rechte seite von uns aus und einer rechts einer rechts und einer wäscher oben oder so was mitte oben oder sowas sowieso ganz oben alle so was das was die immer macht sich irgendwo oben zum stellt sich immer auf den kauer will ich sagen aber ich finde es ein bisschen leicht unfaire teams ich kann ja auch gleich gerne mit Julien spielen oder ich kann ja gleich mal mit Dipper spielen gegen die anderen beiden 3 ja gegen die anderen auch Dipper Dipper Dirk ist oben Kach schacke Versuch mal mein bestes Einer links Boah alter wie der mich berockt weg macht Einer linker Turm bei denen Nice Eine Mitte, still die Mitte Nice 65 wollte den Eifen Schuhe und linke Seite Gehen wir es einfach überheben Einen kleinen Turm Acker Helekt es gerade? Ist eben überheblich Pff, nee Ich hab nur alle einen 30er Ping Nein Da reicht auch ein Geaglschuss bei Schildi Ich bin auch geheimt Ja, ich seh's Es reicht ein Geagl-Hit-Taker Ach so, reicht ein Geagl, okay Nice Nice Schildi, nice Ich vergessen, dass Schildi mein Gegner ist Ich hab gedacht, dass er Tarkan Schildi käme weg, danke Die, die, die Runde sitzt, Tarkan, Alter Nee, es geht immer, Leute Leute, da ist mir selber Tarkan Ich hab's dir in der Handelsabfragen Schildi Nein Boah, Schaftschützen Nein Lass bei dir nicht mal den Stimmen und sagen Du bist du gerade Andi, du bist du Bei dir in Sporn? Da war einer, genau St Anweser Schildi haben Kommt an Boah selbst von bis zu um ihr könnt ich nicht weiß noch was du amal im turm gerade hülp sich hier aber nicht nur nicht verpackt das ist immer richtig schwer jemanden zu sehen bis jetzt in fast gleich ach komm geht das ganz rechts bei dem turm um die sind mit dem noch ganz rechts gut schiebte mit sich für sich nicht an doch noch gar geantwortet ja ich bin ich schraubt mit jemanden bock 1 4 ich da ist die Klinik überhaupt st und sich richtig fest wie das Tag an der widersteht oder Gamer mit einer mitte einer mitte das ist Gamer ja und ich bin tot ich habe Schild die noch nicht gesehen da müsste irgendwo auf dem Turm sein wieder wie immer ne, na, guck, guck bei sich rechts der Seite ich war bis gerade eben AFK kann es bestätigen und deine Meinung interessiert keinen das ist ja nicht meine Meinung ist ne Tatsache aber du bist leider könnte ich sogar noch gewinnen oder wie schon ein Spiel mit sieben wie wir kommen auf die Tat auf angenommen in der Tat auch und was war gelacht in denen ja 20 Sekunden er kann höchstens noch ein Unentschehen erzielen und wenn ihr ganz schnell doch einmal und ein paar Jahre nicht getötet oder steht wohl einer e-kommt Gigi. Ja, was heißt ein GGG, Alter? Ich hole das noch. Ha ha ha! Ha ha ha! Gigi! Und ich war sogar noch auf. Ich hab's geholt. Das heißt einfach gut Game, also. Genau, Alter. Als ob es auch so gemeint war. Was jetzt? Wir gehen beide antiterror. Ich auch. wie geht bei der Antiterror ist auch und ich glaube reizung der Schilder auf kreis ich komme zum vorteilagern da ich bin jetzt er zu ihr seien ich meine bei bei Schilliger Schilder Fakten Gamer LR es gibt ich muss halt gerade handeln und da will halt jemand scheiße alter wie wir als er hat um der hat zwei scheißen reib aber dafür ins dort der Minimale er mit welchen ein ja er wird er hat aber es ist wohl auch schon gegeben dass das gegen wohl ich hätte ich war einfach eine erste Brüder einer Hengst oder es noch eben gewesen kurz mal hat sich umgedacht kommen ich halte drei der rechst um wir haben es oben er nie wie 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 er hatten 50 HP Kann man durch die Mauer durchschießen durch die Säule? Kann man durch die Säule durchschießen? Ja Verdammt hätt ich mal machen sollen Es ist doch einiges Wallbangbar Schwing Eins, Zwo, Drei, Vier Einer ist reiz Er links, ich bin Idiot Geh mal links Taka hat sich auch angewört zu spammen Nein, Taka Ja, das hat er von dir Wir müssen dann wieder mal üben gehen, okay? Nein, nein Ich bin voll gut Ich hab vorher Liko vollgecarried, Alter Das ist, das ist Fakt Jetzt carry ich Chili durch Du, du nimmst Chili durch? Oh Chili, wieso bist du am Bot? An unten, bitte Da genau, bei dem Tower Das war fast bei Chili, was ich bewegt habe Keine Angst Oh, der ist oben, der ist oben Bei der großen Tower so Unter dir Nichts rechts 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 Aber jetzt machst du ein 360 Noscop und gehst geradeaus weiter Was? Wer Noscop hättet was schon mal Kim hat einen 60 Schaden gemacht, er hat einen Hit, also er hat mit der Dingle ein Hit Er ist unten bei deren Spawn gerade gewesen Tower Ja Ah, na Hey, wenn du jetzt noch ein 360 gewesen wäre, dann wär ich dort, ey Ey, komm, ey, was Noscop? Was, Noscop? Was, Noscop? Was, Noscop? Schilig? Boah, ey, das ist doch nicht wahr Du standest vor, dem ist nicht so schwer, Julian Ist mir scheißegal, ist nicht wahr Einer kommt Mitte, er, einer ist, also Tunnel und kommt zur Mitte Äh Ich wurde angeschoben Hast du Schaden bekommen? Ja! Wovon? Gamer ist Mitte Von mir Gamer ist bei uns am Spawn Ja, ja, bei uns am Spawn Haben wir doch gerade gesagt Nee, das bist du Oh, Alter, komm da oben Wo ist der? Oder da oben Save, Gamer Nein, Gamer, piek dich Nein Nein Nein, ey, komm Du hast mir ja 58 Schaden gemacht Was hast du gemacht? Wallbang vom Turm Schieß einfach mal hier durch die Wand, mal guck, ob ich mich treffe Ne, äh, Julian, ich hab dich schon gesehen, deswegen Achso Ich hab dich gesehen und hab dann erst abgedrückt Da kann doch nicht sein, dass immer da einer guckt Wenn jemand mal zu mir kommt Gamer is links Auf Gamer Gamer war easy, der Gamer kann gar nix Wahrscheinlich Einmal drauf àis Die haben Municipalis von euch zu DU passe, aber dort steht jetzt immer Julian Wir haben was also gibt es die Fork Ne, Julian ist tot. TAKKAN! Ach du bist langweilig. Ach komm ey. ZWEI HP! ZWEI HP! ZWEI HP ey. Das Schlechte. Ja, bist du? 3, 2, 1, Schuss. Gamer Mitte, Gamer Mitte. Oh Gott, es wird da Schlitter, Zweite! Oh Gott, es steht da beide! Hehehehe. Geh die rechts! Vollposten. Wo genau, Reitz? Ich liebe diese Teamaufstellung, können wir weiter spielen. Das macht grad Spaß. Das war mega klug von mir. Auf jeden Fall. Ihr könnt so oder so nicht mehr gewinnen. Rollbang! Ja, mhm! Zieh mir 98 AP, äh! Rollbang, Julian! Rollbang! Chill geh, chill stehen. Da, 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 da! Hab ich nicht. Wo? Wow! Ich hab 3, 6, Alter. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab viel besser als Taka, ich hab noch einen Assist. Ein Assist, alles hat so, ich hab das. Einfach weiter spielen. Einfach wieder so. Ja, mach. es macht ja Spaß so Geil, ich möchte Geil Ja ok, ich hätte auch wieder Anti-Terror